Hier ist wieder FettFett von Fettspielen.de und heute zeige ich euch, wie man sich für das Browser-Game Forge of Empires anmeldet. Und wie immer beginnt ihr eure Reise auf Fettspielen.de, scrollt ein bisschen runter und klickt hier auf Forge of Empires und könnt dann dieses Spiel kostenlos über Fettspielen.de spielen. Ihr werdet weitergeleitet zu der Seite und müsst hier eigentlich nur euren Namen eintragen. Das mache ich dann auch. Das Passwort angeben. Und eure E-Mail eintragen. So, AGBs und Datenschutzbestimmungen akzeptieren und dann kostenlos mitspielen, nachdem ihr diese drei Felder eingetragen habt. So, das Spiel ist also ein Spiel von InnoGames. Das ist unschwer an diesem Logo und dieser Weiterleitung erkennbar. Und befindet sich hier, wie man es auch sieht, in der Beta-Phase. Version 0.24 ist die aktuelle Stand vom 15.01. Heute ist der 28.01. Aber ich denke, da wird auch noch ein bisschen was passieren. Und wenn die 100% voll sind, dann könnt ihr eigentlich schon direkt starten. Hier seht ihr es. Ihr seid in der Steinzeit und könnt hier Forge of Empires spielen. Sobald sich alles fertig geladen hat, beginnt auch schon das Tutorial. Und das war's. Und so einfach ist es. Und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Fat Fred